Wusstest du, dass Echo Bushido wiederbelebt hat? Wo Kay ihn gedisst hat? Du Heuchler, ich hab deine Tracks gehört Und all die Interviews gesehen Warum lünschst du dich? Ich glaube, Bushido war drei Tage im Bett Konnte nicht aufstehen, wollte aufhören mit Rappen Wallahi Hat mich Echo angerufen, meinst du mal? Ein Kay? Ein Kay disst ein Bushido? Und Bushido ist platt? Ey, ich komm jetzt Er kam hin Er hat dem Diss geschrieben Ist ja voll durch die Decke gegangen Schäm dich, Arafat war sowas wie dein Vater Du hast dank uns gelebt, so wie ein König in Berlin Er ruft mich an Bruder, ganz YouTube ist eingestürzt Wir haben es ihm gezeigt Du hast keine Ahnung, ein Herz Ein Stein vom Herz Zeit vergangen, Monate, halbes Jahr, weiß ich nicht Kommt Echo zu mir Aber kann ich kurz mit dir reden? Können wir rausgehen? Ja, Bushido war so Bruder, was hab ich euch getan? Ist das denn?